Einen Flauschenden Teilen mit euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hatte vor... Stay in the middle... Hallo! Nein, ich will in der Mitte sein. Äh, ich wollte heute mal den neuen Modus im Fortnite testen, aber da gab es gerade ein paar Komplikationen. Nein, 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 nein! Och komm, hä, aber gibt es irgendwo einen Counter, der runtergegangen ist, weil ich habe keinen gesehen. Und ich habe 10.000 Leben, fällt mir gerade auf. Also, Bolt Bash, glaube ich, heißt das. Ist mir noch a Stand on the Weapon. Nicht hier. Okay, ähm... Achso, hier! Ich habe auch Glück gehabt. Okay, Grau ist hier. Okay, das kann ich ja schon mal aufs Fall vergessen. Ist das schon mal ein geiles Prinzip? Ähm... Kann man die auch runterschubsen? Hä? Hä? Sind jetzt dreimal dieselben Items? Okay, grün, grün, grün. Hier. Äh... Blau, 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 hier. Oh, hä? Nee, ich wurde zurückgebackt! Also, das ist wirklich eine Frechheit. Ich wurde einfach zurückgebackt. Was ist das denn? Okay, ich muss irgendwie am Leben bleiben. Achso, muss ich da drun, unten sein? Okay. Ja, manche Modi habe ich nämlich... Achso. Okay. Manche Modi habe ich nämlich noch nicht gespielt. Das ist ein bisschen hier rutschig. Komm, hallo. Oh, okay, okay. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Hallo, hallo. Ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Okay, das ist eine kleine Fummelarbeit, muss ich ehrlich sagen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Modus schon gespielt habt. Und wenn ja, wie ihr den findet. Und ob es euch auch manchmal Probleme gibt. Weil gerade hatte ich einfach so ein Standbild und konnte nichts mehr machen. Ich muss beim PC neu hochfahren. Oh, ho, ho, ho. Stehen bleiben, stehen bleiben. Ja, 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 ja. Hey, hey. Moment. Was? Wieso haben wir jetzt Schneemänner? Bringt das irgendwie was? Oh Gott, oh Gott. Okay. 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 Bringt das irgendwas Schneemann zu sein? Weiß es nicht. Hä? Wieso bin ich jetzt gestorben und nicht sie? Wir standen doch genau gleich. Also, bei manchen denke ich mir auch, wie erst werde ich zurückgepackt. Jetzt sterbe ich. Warum auch immer. Äh, one, two, four, laps to win. Achso, okay. Das ist hier schon ein kleines Gedränge, muss ich ernsthaft sagen. Aber die Map ist an sich schon nice gebaut. Und ich weiß echt nicht, wo es lang geht. Ich denke mal. Okay. Warum hat da jemand eine Waffe? Hä? Müssen die uns jagen oder was? Das ist aber, äh... Hä? Was ist die mit der Waffe? Wieso haben jetzt hier jemand... Hä? Die müssen wohl uns erschießen, damit wir es nicht schaffen. Ah, ich glaube das ist so ein... Was weiß ich. Gegen wie viele Leute auch immer. Alle gegen zwei oder drei. Hier ist aber niemand mehr. Tja, das können auch die Vorteile sein. Wann ist denn diese Runde zu Ende? Die ist ja ewig lang. Also, wer darauf Bock gehabt hat, so viel zu bauen. Respekt. Okay. Eine Runde. Ach, wir müssen hier... Ah, okay. Hä? Moment, jetzt hab ich... Oh nein. Die hat eine Waffe. Moment mal. Wieso haben die jetzt eine Waffe und wir nicht? Und jedes Ziel... Also... Manche Moodie... Verstehe ich echt nicht. Es wird... Es gibt doch hier keine richtige Erklärung dazu. Ich glaube, das muss man irgendwie in der Lobby erst sich einlesen oder so. Ah, wenigstens kriegt man oben links noch die Information. Auf Englisch. Das schon mal ganz gut. Ah, okay. Jetzt hab ich wahrscheinlich verloren. Gibt es immer nur einen Gewinner? Oder auch zum Beispiel gerade wie eben dreimal? Boundside to collect... Achso. Ja. Nein. Hab eins. Ähm... Hier. Oh nein. Ich hab... Hä? Ne. Doch, ich hab eins. Hä? Wieso verliere ich das denn immer? Das verstehe ich nicht. Aber okay. Vielleicht ist das so gewollt. Ja, komm schon. Ach. Ach. Oh, ich war doch dran. Mann. Also, manche Modi sind echt sinnlos, hab ich das Gefühl. Es gilt jetzt hier wieder, wer zuletzt am Ende überlebt mit irgend so einem Teil, aber wir verlieren das ja dauernd. Und wenn die hier dauernd despawnen, dann wird das auch echt schwierig. Äh, hier hab ich doch eins. Hä? Darf ich nur auf dem Pads hier ankommen, oder? Mößen wir einfach alle sammeln? Nein. Ich hab das Gefühl, ich verliere hier die ganze Zeit. Und ich verstehe nicht wirklich dieses Prinzip. Ah, es sind zwar Minigames, ja, aber welchen sind jetzt hier? Jump over the death zone. Okay. Ah, okay. Über die muss ich drüber springen. Kommen die von beiden Seiten? Ne, ich glaub nicht. Irgendwie hab ich bei der zweiten, hab ich schon das Gefühl, ich spring nicht so hoch. Aber ist ja auch normalerweise so. Okay. Bekomm Schaden. Okay, das ist so ein bisschen tricky. Ich glaub, wenn ich nach da sehe, dann hat man, glaub ich, bessere Chancen. Weil wenn man das so sich ansieht, dann weiß man ein bisschen mehr, wann man springen muss und wann nicht. Aber am Ende wären es auch einfach richtig viele. Also wie man das überleben soll. Und mich würde mal interessieren, wie viel... Ich glaub, man bekommt immer 20 Schaden dadurch. Double tap to fly. So. Ah, jetzt. Ah ja, hier. Das war vorhin der Modi. Wo es einfach... Äh, wo ich einfach Standbild hatte. Wie viel Leben haben wir jetzt? 100. Ja. Battle Pass auf, dick. Schön. Okay, einen hab ich. Einen hab ich. Okay, okay, okay. Ich bin tot, ich bin tot. Aber ich bin Platzierung 2. Aber ich glaub, das steht bei jedem. Das ist nämlich der Modi, wo ich vorhin einfach nur ein Standbild hatte. Also ich glaube, der Modus ist noch verbuggt. Das ist er auf jeden Fall. Und eine bessere Erklärung wünschte ich mir auch, weil manchmal versteht man eben nicht, was der Sinn bzw. das Ziel ist das Modi. So viel zu, das ist verbuggt. Hahaha. Okay, das Spiel ist zu Ende. Also an sich, die Idee ist ja schon nice. Ähnlich so wie bei Fall Guys. So, dass man bei Fall Guys eben weiß, was man machen muss. Und nicht, ihr eben, keine Ahnung, Spielersubstand. Okay, ich würd sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung. Da schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr genau das Prinzip dieses Modis verstanden habt. Oder auch nicht. Ansonst würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein. Und tschau, Leute.